Und jetzt die Frage, wo steht der schiefste Turm der Welt? Nee, eben nicht Pisa. Das schiefste Teil steht südlich von Mainz. Es ist der Dorfglockenturm in Gauweinheim. Neigung 5,4277 Grad. Und das ist deutlich mehr als bei dem zugegeben etwas höheren und berühmteren Turm mit Schlagseite in Pisa. Heute wird die Weltschiefigkeitsrekordurkunde übergeben an Gauweinheim. Die sind die schrägsten weltweit. Glückwunsch. Was ist heute noch neu und wichtig? Hier sind unsere Nachrichten. Manche dieser Menschen, die kommen irgendwo bei Freunden oder Verwandten, unter anderem stehen ganz ohne Bleibe da und werden dann obdachlos. Deren Schlafstätten und Zelte, die sind in deutschen Städten nicht mehr wirklich zu übersehen. Was wir aber beim Vorbeigehen nicht sehen können, Obdachlose sind halt auch oft schutzlos. Immer häufiger werden sie Opfer von Gewalttaten. Ob ihr Sohn das wohl auch so hinkriegt? Schon bei seiner Proklamation gab es da eine bemerkenswerte Szene. Da waren auf dem royalen Schreibtisch ein paar Schreibutensilien im Weg. Jetzt angetreten, der Sarg mit ihrem Leichnam wurde am Vormittag vom Schloss Balmoral in die schottische Hauptstadt Edinburgh gefahren. Im Schritttempo, tausende Menschen standen da am Straßenrand. Der Tod der Queen lässt offenbar auch ihre Enkel zusammenrücken. Gestern zeigten sich William und Harry demonstrativ gemeinsam auf Schloss Windsor. Und in London, da strömen die Menschen immer noch zum Buckingham Palace, um ihrer Königin die letzte Ehre zu erweisen. Ne, ich erinnere mich an sowas nicht. Ihr Tod hat das Vereinigte Königreich in einen Ausnahmezustand versetzt. Darum haben wir unsere Reporterin Astrid Ruben an diesem Wochenende nach London geschickt, um mit Menschen zu sprechen, rauszufinden, was sie bewegt. Astrid, die Bäckerei. Das Gas für die Öfen, das kostet 3- oder 4-mal so viel wie noch vor einem Jahr. Ja, Mehl ist viel teurer geworden. Aber natürlich können die Bäcker nicht mal eben Preis für Brötchen, ich sag mal, verdoppeln. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagt ja jetzt, wir arbeiten mit Hochdruck daran, Firmen zu helfen. Zielgenau und wirksam ist wohl auch echt nötig. Ein Drittel aller Unternehmen fürchtet gerade, diese Energiepreise nicht zu überleben. Finanziell Unternehmen, die viel Energie brauchen, eben Bäcker oder Wäscher. Und denk mal gucken, guter Plan für dieses Wochenende sowieso, denn der Sommer ist ja so halbwegs vorbei, also die Freibad-Saison jedenfalls bestimmt. Auch im Stenkhoff-Bad in Bottrott, aber bevor da der Stöpsel gezogen wird, ist im Freibad tatsächlich noch mal tief. Die Polizei in Hamm hat innerhalb von zwei Stunden den selben Dieb zweimal geschnappt. Erst stellt sich bei einer Kontrolle raus, das Fahrrad, mit dem der Mann unterwegs ist, wurde geklaut. Weil dieser Mann auch noch betrunken ist, muss er für eine Blutprobe mit zur Wache. Und kurz nachdem er wieder raus ist, fährt der Mann dann mit einem fremden Auto weg, das nicht abgeschlossen vor einer Pizzeria stand. Dann Verfolgungsjagd mit der Polizei, Festnahme, Wache, Blutentnahme. Und hier jetzt mehr Nachrichten. Ist das so? Muss das so sein? Dann bespreche ich jetzt mit der Professorin Maja Göpel, Ökonomin, Fachfrau für Nachhaltigkeit. Und sie forscht dazu, wie wir den Wandel, die Energiewende hinkriegen. Hat dazu gerade ein neues Buch geschrieben und berät auch die Bundesregierung. Guten Abend nach Berlin. ... zu sein, gerade gehört. Dabei dachten wir ja anfangs, dass jetzt das fossile, klimaschädliche Gas, auch das Öl knapp wird. Das könnte ja ein echter Boost sein.